und damit willkommen zurück zu einer neuen folge let's play the Elden Ring und ja wie ihr seht bzw in der letzten folge ist es uns gelungen den bösen weißen drachen oder grauen drachen ich weiß jetzt nicht genau wie man ihn nennen soll zu besiegen und natürlich wie es nun mal ist wir haben uns wieder irgendwo in irgendeinem gebiet rumgetrieben haben uns hier und da ein wenig umgeguckt und sind dabei auf eine truhe gestoßen die uns in diese ebene hier ja so gesagt teleportiert hat und deswegen sind wir jetzt quasi in den kristalltunnel von selia was eigentlich in der nähe ist aber wir waren hier noch nie gewesen und ich sehe gerade wir können hier gar nicht teleportieren du gehörst einen ort der gnade reisen wenn ihr an einer rast oh mein gott ja wir müssen jetzt versuchen hier irgendwie lebend wieder rauszukommen wir haben festgestellt die gegner sind etwas aggressiv also wer ist denn hier sonst nicht aggressiv sind ja alle aggressiv das tausendfüßler incoming oder was okay scheiße ja gut das fängt schon mal gut an okay cool oh yeah also wir sind auf jeden fall in einem gebiet wo wir glaube ich noch nicht sein sollten man kennt das aber gebiete wo man nicht sein soll sind immer gute gebiete aber diese tausendfüßel was das sein soll finde ich nicht gut die können scheinen spinnweben oder irgendwas machen was nicht schön ist okay versuchen wir es noch mal wir können jetzt an dem typen vorbei mal gucken gucken ob ich ihn von hinten kriegen geht aber das funktioniert schon mal schaden ist natürlich jetzt nicht gerade auf alter alt machen ruhig ich habe keine ahnung wo ich hin muss auch scheiße okay erst hinter mir hallo du bist das viele die scheiße ja geil ich geht die dicke das sieht schon ziemlich wohl aus aber gleich von hinten so ein heftigen hier spinnnetz angriff zu kriegen ist auch nicht schön und ich vermute mal das war dieser typ hier oben ich kann leider keine geister rufen ich gehe extra mal in safe room auch wenn es kein safe room ist dass mich zumindest einen töten also der schaden ist ja ok gut das würde das etwas dauern gefällt mir gut aber anscheinend kann ich ihnen nicht richtig schaden zu fügen weil sie gepanzert sind zumindest wenn ich jetzt nach dem angriff gehe den ich gerade abbekommen habe so bei ihm von hinten das geht scheiße ja wie wird dass das geht fahrt 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 oh mein gott ja das das problem ist ich muss irgendwo ein safe point finden also was zum rasten ist aber auch interessant ich dachte ich kann es mir einfach machen ich bin hier gefangen und raste dann einfach in einem anderen gebiet und los ich weiß nicht ich versuche jetzt mal einfach hier wahllos durch zu rennen wie gesagt ich weiß nicht wo man hier gnade bekommen kann zum ausruhen scheiße ok ok ist das eine gute idee ich glaube oh ja ich glaube doch gut und los 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 schnell ok sehr gut wir können rasten und wir können wir können nicht wir können nicht teleportieren ok cool ist schade ok was ist wir sind hier ok wenn wir in höhlen sind können wir nicht reisen was zum jostas wie das sind solche riesen pickel oh mein gott der schaden ist ja für den arsch ja cool alter schallach feule ok das ist sehr gut sehr schön sind wir halt einfach mal wieder eine gebiet wo wir noch nicht sein sollten aber gut wir können uns das zumindest erstmal vormerken hier ja komm wir machen da einfach mal so ein zeichen hin also überall wo ich eine markierung habe weiß ich da muss ich auf jeden fall noch mal hin denn ich würde jetzt gerne erstmal versuchen hier weg zu kommen eingesammelt haben wir nichts deswegen brauchen wir auch nicht mal unser haben gut einsammeln wo nix ist alter was seid ihr denn da ist gut mensch alter machte man ruhig okay gut also wir sind hier komplett planlos das ist gebiet was uns komplett tötet deswegen werde ich erstmal weg reiten ich werde jetzt erstmal das gebiet verlassen zumindest so gut wie ich vorankomme vielleicht sterbe ich unterwegs wieder aber was mich interessiert das hier oben tät mich interessieren hier waren solche spuren gewesen hier zum von ionia ok das ist das berühmte sumpfgebiet nehme ich mal an wie es hieß oh mein gott wo sind hier ich will nach hause äh was das ii ok ach guck mal ein riesen klo hä alter das ist ein oschi oh den will ich haben den will ich nein wehe haust du mich so und ich kriege nichts shit das war nicht so gut geile lied ok ja wie gesagt es ist halt wahnsinn ne so viele gebiete äh seid ihr cool ja also cool im sinne von ok machbar glaube ich die gift ist das gift oder was ist das ach scheiße äh warte ich riskiere es wenn ich sterbe scheiß drauf wir haben keine Brunen also egal sehr gut so so ok wenigstens die bohrgegner die man relativ gut ausschalten können ach ach so das ja ok aber mit unserem reittier habe ich das glück dass ich nicht getrun nein ach mist so genau mit dem pferd kriege ich das problem nicht gut ok sehr gut was gibt es hier die oha ja natürlich warum auch nicht ein geheimer durchgang nice oh ne truhe ob die truhe nett ist oder uns irgendwo anders hin ne die ist in ordnung steinschleuder ach es stimmt wir haben ja auch äh bevor wir in der letzten folge gestorben sind haben wir auch items bekommen wie zum beispiel verbraucht fp erzeugt eine fescherförmige gravitationsschockwelle steinfächer und gravitationssteinbrocken verbraucht er schafft am zielort eine gravitationsexplosion ja nun klingt alle waren das jetzt unsere wölfe feuert felsbrocken aus der erde auf gegner ab geil klingt auf jeden fall sehr gut aber ja oh mein gott hallo na ihr seid ihr auch so gefeiert wie ich und freut euch ich iiii stinkebombe ist natürlich auch schön ne wenn sie alle in einer gegend sind ok okay gift bomb ah sehr schön scheiße gift 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 schnell heilen ah verdammt sehr schön so ok das war doch cool das war schön ähm hier so ah oh gott herzenfakt ah ok kriegst du halt wirklich sorry ich hab mich grad wirklich oh man grad sehr heftig erschreckt eh das sind die pflanzen drin ok scheiße weg 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 verdammt und hin sehr schön so was gibts hier gift blüte und meteor stab ab ok meteor stab ich habe ahnung er kommt ja hör auf dort hin und her zu wackeln ja wunderbar ok ähm meteor stab ne genau zauber auf jeden fall körperlich ok weisheit 18 ja kein akku akku leer ok damit könnte ich bestimmt diese felsbrocken dinger zaubern bau oh wer ist denn da eine ahnungslose seele hallo lass sie mich ein letztes mal sehen eure herrliche klinge die in der scharlach fäule tanzt was was ah ok keine ahnung ich nehme mal an ich muss hier irgendwie rein und dann ein bisschen tanzen oder was oh mein äh was was nein warum hä was was invasion oh boy was invasion das oh gott scheiße ähm hi bist du ein äh ki oder was bist du alter du bist scheiße aua alter hör auf oder okay was ist das denn was ist denn das warum warum rennen ein paar hier jetzt ein komischer typen also ich kann ich kann ich sage da war ich jetzt komplett blind also ich das ging mir jetzt zu schnell erstens das tier war auf einmal weg dann kommt auf einmal die dort angehuscht die so übelst rumfuchtel gleichzeitig muss ich darauf achten dass ich hier nicht schalachot mutiere und 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 gott ja jetzt sind wir wieder so ok cool er wollte dass wir sie tanzen lassen ich sag mal so mehr tanzen später und ich muss jetzt hier erst mal ein bisschen klarkommen oder ist er deswegen verschwunden weil der gegner war nach dem motto du darfst nicht gott nein bitte es wird immer schlimmer mein albtraum wo ist jetzt mein hab und gut also sobald mein mührpferdchen verschwindet weiß ich wir sind am arsch ja wie gesagt wir sind am arsch ich muss meinen haben so sterbe gleich weil ich keine möglichkeit habe mich zu heilen und jetzt kommt auf einmal noch so ein anderer typ das ist noch schöner okay also also ihr ich ihr ich ich Das war's für heute. der Vater ist einfach zu schnell das ist einfach zu er zumindest sind jetzt unsere Seelen ruhen in der Sicherheit also in der besseren Position dass ich dahin gehen kann die holen kann und wieder weg alles noch mal machen ok wir dürfen nicht zu weit nach da gehen was gibt es hier oh gut oh Hut des Reisenden Kleidung des Reisenden Handschuhe und Hose Parfümflaschen ok oh das sind ja auch Gegner ist halt wirklich alles Gegner hier nein nein verdammt kein Gift nein nein lass mich ihn rum so oh da ist da ist Licht oh danke nein jetzt aber und wunderbar oh mein Gott oh so ok cool Stufenaufstieg können wir knicken alles klar wie viel haben wir an ab und gut erstmal gucken neue Ausrüstung Hut des Zauberers körperlicher magieschutz sind wir jetzt durch das Gift safe na wir sind etwas angeschlagen sind wir jetzt safe nein sind wir nicht gut ich meine wir können es noch mal probieren und weg Nettler ich gehe lieber drei Meter Entfernung um gegen ihn oder gegen sie zu kämpfen also diese Schnittattacke von ihr sind böse scheiße nein wow backstab in your face geil okay kann ich mir irgendwas herstellen zumindest damit ich ein bisschen Schutz habe für das ganze Zeug oder ich muss versuchen sie zu stunnen während sie angreift blocken und losschlagen aber das wäre eine nullprozentige Chance dass ich das vielleicht hinkriege in meinem aktuellen Fall lindert Gift lindert Blutung wirft dies auf nix nix brauchbares okay gut dann noch mal ich versuche es noch einmal und dann werde ich mich weiter umgucken man kennt es ne so und weg nix warte mal wo ist dieser komische Kämpfer hier war doch noch so ein so ein richtig heftiger böser Kämpfer oh neer Doch, ist das... Ne, das ist nicht... Okay. Da ist er. Ach scheiße. Ich riskiere es, komm scheiß drauf. Jawohl. Und weg. Ich bin vergiftet. Ich bin Schallachrot. Ich bin Schallachrot, ich bin Schallachrot. Ich muss mein Hauptengut holen. Oh mein Gott. Aus du ab. Gehst du? Aua. Äh, so. Geht das? Ja, das geht sogar geil. Von hinten immer wieder ranschleichen. Oh. Scheiße. Mein Schaden. Äh, mein. Ja, doch. Schaden. Ich kann sagen, was ihr wollt. Ich mach's einfach. Oh. Ja. Und weg. Oha. 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 Ey, das ist aber ne gute Strategie. Auch wenn ich gleich sterben sollte. Lilly. Schade. Nein. Scheiße. Nein, 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 nein. Ach. Mensch, schade. wir kommen später wieder so ok wir reiten weiter ich finde es halt gut unterwegs erstmal alles so ein bisschen was looten was geht aber im endeffekt ist es halt hier wirklich noch ziemlich happig ruinen des wegpunkts von gaily das sind die viel ach nein das sind überall diese kreaturen das gebiet ist ja wirklich es hat wirklich heftig und wir reiten falsch bereiten irgendwo hin wo wir nicht sein sollten was ist das ich will zurück ich will jetzt nicht irgendwie dahin okay wir gehen mal da lang also ist so schön überall neue wege zu öffnen aber am ende haben wir die ganze korte aufgedeckt und haben nicht mal ansatzweise die hauptquests geschafft beziehungsweise gemeistert die hauptquests okay hier sind wofis ich riskiere es so okay back 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 Eid Sau Nein Shit Ach Mist Ach doch Scheiße Nein 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 War das jetzt falsch? Nein Es war glaube ich richtig Es war halb richtig Ah ja doch Theoretisch ist es eigentlich richtig Gebäß Ah Gott Mich ekelt es richtig Kriegt man richtig Gänsehaut Frag mich nicht warum Jetzt Kliman Feetzt Deine Friede Feetzt like Geht ni mü Goes af so meine tiere wo sind meine warum sind jetzt nicht aufgetaucht verdammt ok ich will mir jetzt mein hab und gut und werde dann erstmal ja was werde ich dann in ein anderes gebiet teleportieren reisen so jetzt will ich erstmal die blöden wölfe aktivieren und ich glaube das jetzt wenigstens so gefällt mir das und los ich kann die gar nicht von hinten backsteppen alles klar scheiße ich sehe nichts so kurz heilen giftblüte ok oh nein 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 unsere freunde sind tot nein blöder hund ok das war glück gehabt geht das von hinten jawohl ok das ist ein heftiger angriff das ist auch ein power durch die wand und tschüss das waren ja noch nicht mal alle er hat mich gesehen ok da hat mich gesehen ist ok ist ok da kann ruhig herkommen solange wir alleine kommt ist alles gut geht das durch die wand durch die mauer nee geht nicht gut ja genau kommt von der seite ach man weiß sehr gut oh halt auf nein 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 so sehr gut bestien blut und weiteren trank bekommen ich ekelte ich muss hier weg sorry das ist mir zu viel des guten ich muss hier weg kann ich hier hoch kann ich warte mal er hat mich gesehen oh nein er wird böse okay hier oben waren wir ist halt das schlimme man will eigentlich zurückreisen zu einem etwas einfachen gebiet aber da man da man hier aber ich weiß ich sollte dies nicht tun oh mein gott noch so ich will gucken wie viel schaden ich mache also ich schwöre sobald hier äh ich jetzt sterbe okay schaden ist für den arsch gut ich bin weg ähm oh was denn das wer bist du denn hallo ja geil geil der mann des windes ähm hallo okay schaden ist irrelevant gut du gefällst mir kann ich dich auch mal also hör auf mich zu verbrennen es gibt es doch nicht aber ich finde es so gut dass man halt wirklich so viele sachen findet und ne und dann am ende kriegt man immer wieder einen auf den deckel das ist dann weniger gut ok wie gesagt wir werden jetzt äh ach ja stimmt warte mal ach wir reisen jetzt einfach komm scheiß drauf ich will hier nicht mehr hin gebiet ist schön aber ich sag mal wir reisen jetzt äh ähm wir reisen ja gut wir können ja jetzt nicht ins dings reisen was wird das nochmal rangebiete des leitenden dorfs da könnte man hinreisen zumindest um farmen erstmal ein bisschen farmen vielleicht auch neue waffen kaufen mal gucken aber waren da nicht die riesenbären okay cool so erstmal farmen bisschen sammel sammel machen und dann werden wir leveln diesmal wirklich ich weiß nicht wie ich das schon gesagt habe und nie gemacht habe den sie kann auch auch nur nicht die kacke öbenschützen Typ. Ja komm, greif an. Hör auf. Genau so. 60. Na ja, ist jetzt nicht gerade die Welt, ne. Aber dort war ich... Doch, dort war ich schon. Boah. Fünf. Zum Herstellen reichen die. Was sind das für Geräusche? Sind das Fledermäuse? Alter, das tut ja richtig weh. Das Gejammere. Ach, das sind die Ratten. Ach, hier sind wir. Okay. Nein, nein. Es kommt bestimmt Mama-Ratte. Oder auch nicht. Okay. Hallo. Oh shit, was ist das? Oh, oh, nein, nein. Äh, nein, nein, nein. Alter, hör auf. Mit seinen blöden, explodierenden Augen. Hör auf. So, es reicht. Greift er mich mit seinen blöden Augen an, ey. Noch jemand? Ach, sie ist das. Autsch. Wow. Sie wimmert hier rum. Okay, Gebiet ge-cleared. Nichts besonderes hier. Nicht genug Ruhen bekommen. Schade. Das leitende Dorf. Ja gut, die sehen halt wirklich alles aus auf die Leiden, ne? Sehr gut. Schön von hinten rein. Gut. Oh, altes Schwert. Nice. Komm, scheiß drauf. So. Lass mal gucken. Altes Schwert. Wie alt ist das? Jo, also schadensmäßig, ne? Ach so, warte mal. Das ist jetzt hier, okay. Deutsch, lang, altes Schwert. Okay, langes Schwert. Und hier sind die Falchion. Ach so, wir haben zwei davon. Cool. Okay, lass mal gucken. Wo kann man laufen? Da lang. Wir können da lang? Wir können allerdings auch da lang. Okay. Ich dachte, da war einer. Ach, hier ist er. So. Ganz ruhig. Ähm. Hä? Okay, meine Wölfe sind weg. Warum? Toll. Ich dachte, ich kann jetzt hier einfach so durchrushen, weil die ja alles für mich erledigen. Aber, okay. Cool. Dann doch nicht. Was willst du denn? So, weg mit dir. Okay, in welchem Gebiet gab es sehr viel, äh, Runen? Oh, wow. Nice. Okay, war ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Okay. Gut, hier war die erste Begegnung mit den Ratten. Okay, so. Dann könnten wir theoretisch hier lang gehen. Was uns allerdings nicht viel bringen wird, ne? Warte mal. Warte mal. Okay. Ne, warte. Ah. Scheiße. Oh, wow. 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 Es hat funktioniert. Oh mein. Okay, wo bin ich? Was ist das denn? Ah ne, warte mal. So einen großen Typen hatten wir schon, ne? Ist auf jeden Fall wieder ein Schloss. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ah. Okay, hier ist alles ruhig. Oh mein Gott. Was zum Teufel. Und zwar gegen so einen haben wir schon, also so einen ähnlichen, haben wir schon gekämpft. Bloß nicht gegen denselben, wie hier gerade ist. Oh. Sehr schön. Ne Drehung. Noch ne Drehung. Okay. Dann nicht. Also gegen so einen haben wir schon gekämpft. Bloß er hat große Pfeile. Ist das der Typ? Oh. Ja, er greift an. Oh shit. Oh wow. Hä? Ich wollte gerade sagen, habe ich ihnen wirklich so viel Schaden schon zugefügt. Oh. Heiße Angelegenheit. Shit. Ach. Verdammt. Shit. Ach. Der Riese ist gefallen und wir betreten ein schloss ist das das schloss des vaters wo wir den brief hingeben sollen was belagert wird oder ist das einfach ach du heilige wo zum teufel so bestimmt der raum ist nutzlos ich verstehe haha ok also wie hoch das aber auch ist bei dem einen geht es tief runter und hier geht es sehr weit hoch was erwartet mich oh ja ich sehe schon das totale chaos schloss moore ok wollen wir mal was ist es ist Oh, scheiße. Juhu, Party! Scheiße. Oh, fuck. Fuck, alter. Okay, okay, bleib cool. Oh, scheiße. Nein. Ich wollte gerade sagen, die Wölfe haben mir den Arsch gerettet, aber leider. Oh, scheiße. Okay, auf jeden Fall ein Gebiet, wo ich sehr lange aktiv sein wollen würde, bin ich ehrlich. Allerdings würde ich sagen, ich mache eine ganz kurze Aufnahmepause und ja, wir sehen uns dann gleich wieder, so und ja, bis dann.